Und Fadi, und Fadi, was meinst? War scheiß anstrengend, oder? Oh je, war das anstrengend. Das war mein kühnste Gipfel. Ja, meiner auch, wirklich. Ungelogen. Boah. Am Ende war echt jeder Schritt eine Quale. Echt, wirklich. Die wieder mal irgendwie. Ja, aber jetzt sind wir hier, hinter uns sieht man, das Weißhorn. Eines der schwierigsten Viertausender in den Alpen. Da kann man, wenn man ganz gut ist, kann man dann hier praktisch die Sonne hier, die Übersteigung hier rüber machen. Colin Millor, und dann auch das Weißhorn. Und jetzt steht uns noch eine anstrengende zurück. Nach Hause laufen, bevor... Ich war noch nie in meinem Leben so kaputt. Ich sterbe auch nicht. Ich war noch nie so kaputt. Noch nie, oh je. Nein, es lag nur an dir, weil du nicht verlaufen hast, du Pfeife. Das war aber nett giesenschaftlich hier. Haben wir mal eine Rundsicht noch. Sieht man dann auch, wie es hier runter geht. Ich mache noch mal eins von mir.